Lena und Manuel. Jetzt. Folge 1. Ja? Weißt du was? Was ist denn Lena? Du bist cool. Ich weiß, Lena. Setz dich. Okay, ich setz mich, Lena. Und? Ich geh auf. Geh zur Tür. Und Jan? Komm wieder her. Warum? Warum? Okay. Ich setze jetzt hier und dann? Trink. Warum soll ich einen Eistee trinken? Weil ich das sage. Haben wir uns verstanden? Ja. Wir haben uns verstanden. Aber warum ausgerechnet Eistee? Weil ich das sage. Ich auch noch. Ja, ist ja gut. Trink. Aber Dali. Trinkst du erkenntlich? Ja, ich trink ja schon. Zufrieden? Ja. Na dann. Und nun? Nicht zum Wun. Hast du mich jetzt hier überniesst? Doch. Also. Lena, was machst du denn jetzt überhaupt? Was ich hier mache oder nicht, spielt keine Rolle. Mach lieber ein Balkon-Tür auf. Und geh mit mir raus. Okay. Dann komm. Ja. Ich komme. Und mach die Tür zu. Ja. Herrlich. Ja. Herrlich. Schön warm draußen. Ja. Komm. Ja. Ich komme. Ja. Ich mach die Tür zu. Ja. Ja. Genau, Lena. Und? Und was? Ja. Was hast du jetzt so vor? Was ich vor habe? Ja. Was hältst du davon? Wenn nicht. Wenn du wachst. Hä? Lena, komm. Setz dich mal hier hin. Gut dann. Komm, setz dich. So. Gib mir mal deine Hand. Warum? Gibst du mir jetzt deine Hand? Ja. Na, komm mal her. Und jetzt? Und jetzt? Weißt du eigentlich, dass ich dich liebe? Das weiß ich doch. Aber ich meine so richtig. Das weißt du auch. Du sagst mir so oft, da brauche ich das nicht zu wissen. Weißt du? Du hast manchmal nicht mal eine Tasse im Schrank. Weißt du das eigentlich? Warum? So oft, wie du mir das sagst. Meinst du, ich vergesse es? Weiß ich ja nicht. Die, weiß ich nicht. Hier, weißt du das oder du weißt es nicht? Lena. Was denn? Habe ich dir das schon mal jemand so gesagt? Ja, hast du. Und wann und wo? Gestern. Da habe ich nur gesagt, dass ich dich liebe. Habe ich sonst noch irgendwas gesagt? Nein, hast du nicht. Na also. Das heißt? Was soll ich denn das heißen? Dass ich dumm bin? Das hat keiner gesagt. Na also. Was heißt denn also? Lena, bitte. Ich bitte dich jetzt, ja? Wir sitzen jetzt hier, ja? Du und ich, ja? Und was soll ich dazu sagen? Was du dazu sagen wolltest? Nichts. Wie? Nichts? Und? Ja. Wie und? Lena. Guck mal. Was heißt guck mal? Du sitzt ja sowieso schon. Also. Ich habe mir gedacht. Ich sage dir mal, dass ich die Liebe im Sitzen, als nur immerhin vorbeigehen. Und zweitens muss ich jetzt rülpsen. Warum? Darum. Aber ja gar nichts. Muss das immer so laut sein? Nein. Na also. Gib mir mal was zu trinken. Ja. Ja. Prost. Prost. Lena. Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Wir hören jetzt Musik? Ja. Warum nicht? Dann mach mal Musik an. Dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich das gelassen habe. Na was denn? Die Fernbedienung natürlich. Wie soll ich sonst Musik anmachen? Ach so, ja. Stimmt. Stimmt. Da haben wir sie ja. Da war's. Toll! Ja, fängt ja schon toll an. Aber ich denke, wir wollen Musik hören. Tun wir doch. Ja, tun wir. Das ist richtig. Aber wenn wir die Musik nicht hören können, wir werden die ganze Zeit labern. Also miteinander sprechen. Da kann man keine Musik hören. Stimmt. Stimmt. Ja, und deswegen hören wir jetzt Musik. Tun wir das? Was sollen wir denn sonst tun? Scheißen bestimmt nicht. Scheißer gut. Ich halte mal die Klappe. Wir hören jetzt Musik. Wir hören diesen Song zu Ende. Und dann sehen wir weiter. Ja, das machen wir. Ja, dann halte doch die Klappe. Wie sollen wir dann die Musik hören? Begreifst du das nicht? Doch. Ja, anscheinend nicht. Ich halte wohl. Willst du mich jetzt hier verarschen? Nein. Also. Klapp, klapp, klapp. Und du bist ja schlappi. Nein, bin ich nicht. Warum nicht? Darum nicht. Du bist ja schlapp. Warst du dumm? Bin ich dumm. Wenn jemand dumm ist, dann bist du, oder? Nein, bin ich nicht. Also, was machen wir jetzt? Klapp, klapp. Nein. Ich weiß, wollen wir doch die Musik hören. Stimmt. Stimmt. Hehehe. Hehehe. Ja. Musik 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 Ja Was wärst du denn so? Ich... Ich doch nicht Ich denke wir wollen Musiker Tun wir doch mal Aber wir müssen ja nicht die ganze Zeit schleiden Stimmt, stimmt Also Ja Ach Lena Ja so ist das Ich bin Lena Du bist mal Ja Genau Achja Und Pion Magst du mich noch? Pion ich mag es dich noch Ja wirklich Ja Was krähst du immer so? Krähen Hört sich aber so an Magst du? Na dann Komm Komm mal her Was denn? Komm schon Nein Doch Nein Doch Komm Ja Ja Ich komm ja schon Oh mein Süßer Jawoll Ja 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, komm! Ja. Trinken mitnehmen? Natürlich! Ich will ja nicht verdursten. Na ja, dann... Prust! Komm! Ja, ich komm ja schon. So! Na ja, komm, Lena! Ja, ich komm! Na ja, 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 komm! So! Besser! Ja, so ist besser! Ja dann! Gehen wir mal da runter! Tun wir das? Ja, wir tun das! Gut! Das ist aber gut! Natürlich ist das Wetter gut! Gutes Wetter ist immer gut! Ja! Stimmt! Stimmt! Ach, Lena! Ja! Was ist denn? Ja, fährt das doch gut! Ja! Schön warm! Das stimmt! Schön warm! Ja! In der Tat! Oh ja! Ja! Nicht so laut! Ja, ich weiß! Muss nicht sein! Aber es musste gerade raus! Na ja! Wenn das jemand gehört hätte! Wer soll denn das hören? Hier ist doch keiner! Weißt du das? Na ja! Ja! Hast du recht! Ja, das hab ich! In der Tat! Ja dann! Dann laufen wir! Ja, wir laufen! Okay? Ja! Gut, Lena! Ja, Mann! So, hier stehen wir jetzt! Und nun? Sind wir wieder zurück! Bist du dir sicher? Ja! Natürlich! Nee! Aber dann gehen wir hier rum! Ja! Machen wir das! Gehen wir hier rum! Der Straße entlang! Ja! So ist das! So wird das sein! Ja, Lena! So wird das sein! In der Tat! Na ja! Na ja! Ach, Lena! Ja! Das war ein Auto! Ich weiß, dass das ein Auto war! Ich hab's doch gesehen! Jetzt fängt das schon wieder an! Was soll denn das heißen? Ich weiß genau, was ich meine! Nein, weiß ich nicht! Was schmeißt du das runter? Was soll der Kack? Mach ich so'n Kack? Nein, mach ich nicht! Doch! Lena, ich bitte dich jetzt! Lassen Sie mal weiterlaufen! Ja! Tun Sie auch! Ja! Aber dann kräne ich immer so dabei! Ich kräne! Ach, Lena! Ist mir auch egal! Ja! Das ist es! Egal! Lena, du kräst in letzter Zeit so! Das weiß ich! Na und? Ach, Lena! Laufen wir einfach mal weiter! Ja! Ja! Gut! Viren! Manu! Ja, Lena! Können wir noch was verbringen? Wir sind zufrieden? Ja. So. Jetzt kriege ich nicht mehr. Ja, oder fast nicht mehr. Naja. Es geht bald. Natürlich weiß ich das. Ja. Ich denke, du gräst nicht mehr. Doch. Naja. Und nun? Nicht zum Nun. Herrlich. Ja. Herrlich. Echt herrlich. Na dann. Ja. Und nun? Nun. Muss ich gehen. Jetzt? Ja. Ich bin heiße. Ja dann. Du bist da vorne. Tu das. Ja das tu ich. Dann komm. Ja. Dann komm. Komm. Ja. Ja. Dann komm. Dann sag ich mal bis morgen. Ja. Wir sehen uns dann wieder. Nicht? Genau. Gibt es noch einen Kuss? Von mir aus? Ja. Also. Ciao. Ja. Also Lena. Bis dann. Ja bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Tschüss. Tschüss. Na, Fleiß?